ja meine lieben willkommen zu einem neuen video ja ich habe mir mal gedacht ich werde euch mal zeigen good press just for fun wir haben ja die erste serien mit truppe und für truppe habe ich sehr viel sehr viel sehr sehr viel gelernt und ich muss noch viel mehr lernen ich werde euch auch in zukunft also komplette anleitung von truppe zeigen ein bisschen auch werde ich hier was ändern an den willkommen let's play kanal das ist kein let's play kanal mehr wird auch keiner mehr sein es ist ein all in one kanal für jeden scheiß wird er auch zu handen sein weil es gibt halt leute die dann sagen hey du machst mal solche videos und solche entscheide dich oder was was ist das jetzt für ein kanal und das wird einfach all in one kanal sein da wird es zu jedem thema etwas geben mco werde ich auch demnächst was machen ich habe hier tatsächlich paar kommentare ich werde auf die antworten und zwar in den nächsten tagen danke an marcel nochmal für die grüße paradisierte grüße ja das war tatsächlich ein versprecher den ich damals gemacht habe es war ganz lustig ich habe mir das selber angeschaut ich habe tatsächlich paladisieren gesagt aber naja das passiert nur mir dachte ich aber es passiert eben jedem menschen irgendwo was man sich verspricht wenn man kein deutscher ist so wie ich nur ein deutscher pass hat mich schlingt dann ist es natürlich wiederum ein bisschen anders da passiert das sowieso öfters genau da grüße zurück an box 2 noch und auch da die die leuchtung auf jeden fall herzgebracht es heißt natürlich nicht paradisieren sondern es heißt lehmen eigentlich und kbm schreibt auch amten zu mal in der deutschen beschreibung parieren und parieren ist es dann korrekt aber ich werde glaube ich öfters mich versprechen von daher ich gebe fack drauf ok so let's go gehen wir zurück wieder zu unserem truppe ding wir haben ja mal was über truppe gemacht da kommt auch demnächst etwas mehr wir haben ja auch schon die erste an also die ersten an den von 100 bis 100 viel mehr also das erste im ersten playlist und da wird auch demnächst auch mehr kommen so jetzt kommt erst mal zu meiner e mail adresse das ist meine e mail adresse oder eine von vielen es gibt das ist meine youtube adresse könnte mich gerne anschreiben die lautet natürlich an die der zauber gmail ich habe da auch ein kanal info mal was reingetan das hier könnt ihr mich auch anschreiben ihr könnt ihr mich unterstützen und auch spenden und so bitte keine spenden über 100 euro also maximal 100 100 euro und nicht mehr wenn ihr eine millionen spenden macht dann muss ich das der bank mitteilen und auch dem insolvenz ich bin in der insolvenz und alles was drüber ist muss halt eben verpfändet werden ich darf maximal 1200 euro verdienen das heißt dass wir dann nicht gepfändet da gibt es eine klausel da werde ich auch thema über pfennung insolvenz euch was auch erzählen und auch mehr reintun ab morgen über meine ganzen haftbefehle illegalen haftbefehle die die regierung macht oder der staat und noch viel viel mehr also auch die beschreibung sich ein bisschen ändern das wird kein let's play mehr videos geben sondern halt alles was im leben passiert von daher bitte keine spende wie mehr wie 100 euro höchstens also 180 euro und das war's weil sonst muss ich das ausweisen und das wäre blöd ich muss mich ja in der klausel bewegen also von daher das ist der grund sollte jemand mir aber eine große spende machen dann müssen es ganz genau 60.000 euro sein also insolvenzen über 40.000 aber 60.000 müssen sein weil ich muss da diesen eine insolvenz begleichen und dann wollen komplett die ganze summe inklusive zinsen obwohl die zinsen sie gar nicht drauf haben dürfen laut dem gerecht aber die machen das halt trotzdem okay jetzt kommen wir erst mal ein bisschen so eine anleitung gemacht über fünf minuten sekunden jetzt kommen wir einfach zu dem thema wordpress hier mache ich meinen cut cut ich habe ein plug-in gab das hat einen fehler aufgewiesen und auf mein projektseite gemophones die demnächst auch online kommen wird wenn wir auch just for fun wenn ich euch zeigen wie man inhalte macht und so war eine webseite in your wordpress und wenn ihr ein wordpress cms system verwendet und das werde ich euch alles zeigen und auch beibringen wie das ganze funktioniert best of plugins und so weiter und so fort lange rede kurz hin wir haben hier einen fehler der wird gemeldet und der unterschied zwischen wordpress und joomla und typo 3 oder auch turbo ist dass wordpress da sehr genauer ist wird es macht nicht nur die fehlermeldung welches plug-in fehler verursacht das ist eine dass die seite offline gegangen ist oder dass der login nicht funktioniert so ein wordpress tut automatisch auch hier klipp und klar sagen das und das ist ein wieder erstellungslink der ist mittlerweile natürlich nicht gültig aber für das für die für das video für das video und das darzustellen kann man das mal erst mal hier zeigen so und runter sind natürlich fehler details aufgelistet und so wo und wo ist was welche aus tun ist das und so für die hacker natürlich aktuell ohne bedeutung weil es gibt ja oft script ich habe ja damals mit hackern gearbeitet sehr interessant da muss ich auch geschichten über 10 black black rabbits white rabbits und grie rabbits gibt es auch und aber für einen hacker oder kitty hacker wäre das dann interessant wenn es aktuell wäre hier dann würde er dementsprechend da auf diesen fehler gehen und würde versuchen halt die klasse wie hock php aufzurufen und die zu manipulieren und dann das ganze zu schicken oder eine e-mail machen um den virtuellen muster anzugreifen bringt aber nichts weil das ist ein web space manage space der also da müsste der hacker schon atombomben und trillionen infiniti blitze feuern und super luce verhasst um da reinzukommen und das ist nicht möglich und ich bin ein armer schlucker uninteressant der sollte mir dann eine trillionen euro spenden und gut ist also lange das ist das schöne bei wordpress ihr bekommt einen link und ihr müsst euch keine sorgen machen wenn mal so was passiert und ihr bekommt hinweis an was das liegt so jetzt gehen wir mal zu wordpress zum skript und da gehen wir mal auf plugins und da seht ihr schon auch da hat sich ein bisschen was verändert da oben seht ihr schon wieder herstellungsmodus verlassen wollen wir natürlich nicht weil irgendwann erstmal zeigen über den fehler beheben aber wir sehen hier diesen diesen link wieder herstellungsmodus und da sind wir jetzt ist es eine einzigartige fähigkeit die wordpress hat es wird oft nicht erwähnt weil es sehr selten passiert wenn so was passiert ist wissen viele nicht was sie machen sollen und sterben sollen da gehen die leute wir werden alle sterben putin kommt nimmt mir meine urscht weg putin nimmt mir mein hund weg und meine mama auch noch unsere leute sind mittlerweile bei corona so verrückt geworden dass die leute wirklich bei jedem scheiße ausflippen und deswegen nein ruhig als angehender webdesigner und als selber der sowas macht möchte es auch zeigen wird damit jetzt einfach habt wird ein bisschen so jetzt die web sachen aufmischen und die daten programmierer welt nicht aber so web und die ganzen michael brechen das polacken schweinchen jude schweinchen dick da wird sich rechnen an die an diese gesellschaft netten spaß da spaß beiseite nicht spaß mal einmal zu ernst aber lange rede kurze sinn wir haben hier dieses placken ein film infobox und wir schauen uns das ganze mal an wir können da einfach mal sagen wozu raucht haben wir es gebraucht und da muss der tatsächlich schlacken sogar eingeben sonst findet das nicht und hat man halt das so was ist es halt da könnt ihr den look verändern ein bisschen so an den look bauen das braucht man eigentlich gar nicht weil gibt es viele aller bessere lösungen so wie gesagt da ist der fehler und er ist in dieser zeile und könnte man theoretisch beheben theoretisch könnte man da jetzt den code reingehen könnte man sagen wo befindet sich dieser fehler also was ist dieses infobox okay er sagt aus das ist eine im package und vcm mit php und vor so viele männer und ungraut error wir können das mal hier auf englisch übersetzen lassen also kopieren steuerung 10 und dann gehen wir mal auf die und setzen ist es auf deutsch wunderbare fehler auf aufruf eine undefinierte funktion okay das ist schon mal gut und definierte funktion welche funktion ist sagt er uns dann hier an das ist in dp content plugins und dann ist es dies ein talent infobox vor paul package infobox vcmap php 24 und dann zeigt er auch stack trace übersetzen die würde das bedeuten stabes verfolgung und versucht daher anzugeben wo er was ausrufen will plässe blablabla und so weiter das könnte man theoretisch also dann hier nachvollziehen man könnte erst mal sich anschauen was ist das eigentlich was versuchte da abzufragen was wieder bezwecken mit der abfrage was benötigte ich benötige was sagte ich benötige wie crowd also wenn wir das übersetzen auf deutsch wieder haben wir dann erforderung einmal erforderlich einmalig also erfordert was erfordert was ein ich will was dass das funktioniert laut und record und das forderte auch noch ein und aus dem gott mal blablabla login blablabla so alles ohne bedeutung wenn man sagt hey ich weiß dass ich das kript nicht mehr brauchen ich habe mich informiert ich habe das einfach doppelt gemoppelt wenn so ein fehler ist dann müssen erst mal schauen welche vision gibt und könnte man eine neue version machen die diesen fehler behebt also machen wir lange rede kurz auf deaktivieren und wenn wir das deaktivieren dann ist alles im grünen bereich ok so wir könnten jetzt sagen hey pass auf gibt es eine aktualisierung wenn ja gut wenn nein dann eben nicht ok das heißt hier im klartext sehen wir jetzt nichts wir sehen nur eine weiterleitung an die seite und da sehen wir ups das sollten wir auch nicht machen einfach so draufklicken und zurück sollte ich nicht machen aber hier ist es wurscht weil das ist eine testumgebung es ist eine just for fun seite und da können wir umspielen wollen ok also wenn wir draufklicken warum klicken wir drauf weil wir wissen ob der maintainer also der das programmierter ob der existiert wenn ihr das woanders macht nur ein tab öffnen dann werdet ihr feststellen dass diese leute die was hier plug ins erstellen existieren und was vorher gemacht haben machen jetzt nur ein tab der existiert nicht das heißt die seite ist nicht mehr erreichbar und das heißt auch das plugin wurde eingestellt und so ist die einfache lösung wenn ein plugin eingestellt ist dann braucht es nicht mehr zu nutzen und hey wozu also es ist eingestellt es ist tot und ihr seht auch hier es wird auch nicht supported es gibt auch keine aktualisierung mehr es ist einfach tot weil es die seite nicht gibt und so könnt ihr im endeffekt rausfinden und sagen okay das ist halt passiert kann passieren es gibt plugins die werden entwickelt es gibt plugins die werden eingestampft die gibt es in jedem cms system solche sachen und da könnt ihr einfach sagen hey löschen fertig brauche ich nicht etwas was eingestampft ist kann nie funktionieren und selbst dann weiter daran zu probieren oder es um zu programmieren das erfordert ein haufen mühe und kenntnisse die das lohnt sich nicht wenn mein bruder das dann sich anschaut der webmaster und ich schaue mir das selbst an und verstehe wo einiges aber ich lerne jetzt noch eine weiter meine kenntnisse und dann schaue ich mir das an denke es macht keinen sinn es ist einfach wenn es super 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 20 jahre 30 jahre auf dem buckel hast selbst der profi super profi programmieren mit talent und gaben die sind das sind so die elite programmieren selbst die sagen halt haus raus kaputter apfel wenn der kaputter apfel links und rechts ist und unten verfault oben ist ein bisschen noch gut es ist die wahrscheinlichkeit dass man den dann nicht daran vergiftet das bullshit einfach raus damit und nimmst einen sauberen apfel wo alles normal ist und nicht verfault ist einfach kurzen schmerzen was darum geht es in der welt weiter zu kommen was haben wir jetzt noch wir haben hier ein wickerberry page bilder und den haben wir deaktiviert warum haben wir das gemacht weil er hat ein problem wickerberry page bilder scheiße weil er sich nicht an die themen anpasst und da werde ich euch eine tiefe zeigen das war mal ein geiler editor vor millionen von jahren mittlerweile sind es nur auf pay to win das heißt wenn ihr hier was macht und ihr wollt dass das auch ein themen sich anpasst dann werde das das nicht tun ihr müsst nochmal kohle zahlen und nochmal kohle zahlen deswegen wkp würde ich nicht empfehlen ich habe aber noch zwei lizenzen ich werde die verlosen wenn wir hier genug leute zusammenkriegen wenn wir tausend leute zusammenkriegen und nicht tausend abonnenten haben und ihr dafür sorgt irgendjemand dafür sorgt dass ich mal tausend leute habe dann könnte mich weiterempfehlen und so sagen hey cooler typ macht eigentlich mal gescheite videos und politisch unkollegger und trinkt sein zitronentee während er schlürft sein zitronentee während er ein bisschen pause macht ja dann könnt ihr dann könnt ihr die lizenz bekommen ihr seht das ist eigentlich sehr teuer ist also nicht gerade billig aber ich habe zwei lizenzen und ja die würde ich gerne verschenken für diejenigen sagen sich okay cool kann ich ja was nutzen für den einen oder anderen wird es vielleicht es gibt mit einigen templates aber nicht mit allen und ich verwende ein spezielles template und ich kann es auch nicht gebrauchen so jetzt würdet ihr sagen ich habe doch erwähnt gehabt was mit dem mit dem nicht aktiv also keine automatische aktualisierungen oder keine aktualisierungen wieso ist es jetzt hier sind die sind doch nicht tot und diese webseite existiert und wieso ist da was jetzt nicht drin steht also also generell vollkommen richtig gut dass ihr mitgedacht habt und zwar jetzt kommt die klausel die ausnahmeklausel deswegen habe ich das vorher nicht gesagt weil ich möchte ein bisschen auch leute mitnehmen es gibt eine klausel die sagt wenn jemand hier keine updates macht oder es keine solche sowas automatische dinge gibt dann liegt das einfach daran dass der typ eine app gekauft hat oder ein plugin gekauft hat was er nicht verlängert hat der vertrag also pay to win also verlängerung also der vertrag refresh und das habe ich nicht gemacht und das sehen die und die haben diesen code sehen das und sagen sich wir brauchen hier nichts zu aktualisieren er kriegt nur die 6 9er version und alles andere kriegt er nicht weil er hat eben nicht seinen vertrag verlängert und so funktionieren halt manche plugins das ganze ist auch dann hier hier denkt man okay wieso geht das nicht obwohl die eigentlich existieren die existieren also die haben zwar blöde werbung das haben wir jetzt mal raus und voila existieren aber halt manche manche apps muss man halt wie fashion wenn man das nicht macht dann sagen die bis draußen das ist die aktuelle version und das hat auch nachteil weil zumal es plugins gibt die 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 dann so gemacht sind dass wenn ihr ein neues wenn ihr ein neues wird also wenn der wordpress ein neues update bekommt dann sagt sich der hersteller es ist mir scheißegal also der hersteller dieses plugins sagt sich das ist mir scheißegal ob du jetzt ein neues wordpress hast fickt dich ins knie und gibst den kopf schloss du arschloch weil ich werde dir nicht helfen dass das dass du das update bekommst damit du mit dem neuen wordpress arbeiten kannst und die sind auch knallhart zumal kann man das verstehen das ist ja viel arbeiter in programmierarbeiten zumal hätte man sagen können hey pass auf du hast ja schon mal die lizenz wir wollen entgegenkommen wir machen statt 70 euro machen wir einfach nur 25 35 euro 30 euro ist ja auch okay aber manche firmen sind halt da sehr versteift auf ihre preise oder politisch unkorrekt zu sein und das bin ich immer gerne und deswegen machen die das so lange erinnern wir haben wkb deaktiviert weil wir wollen eine geile seite machen das können wir aber nicht machen aber zuerst gehen wir auf aktualisierung so dann passiert so viele haben angst deswegen zeigt dass euch alles und fürchte also warum passiert das so wir haben was gemacht wir haben was verändert am system ok und wordpress ist auch aktualisiert worden und wird besagt sich hey keine panik auf die titanik bei kommen dann und starbe ich das machen wir dann ganz normal wir lesen das man durch die aktualisierung die datenbanken muss aktualisiert werden weil wird das selbst aktualisiert worden ist und deswegen einfach geduld und auf diesen button klicken und das machen wir und dann auf weiter und derzeit also da ist keine panikattacken es ist kein virus oder so und es ist einfach nur aktualisierung so benutzt die aktuelle version blablabla alles wunderbar haben wir auch schon gemacht und dann geht es weiter zum nächsten thema so wir haben einige seiten und zum beispiel seiten und wir haben auch einige beiträge und da haben wir schon eine ganze menge schon gemacht die werden wir natürlich auch so verändern auch müssen und wenn wir jetzt da auf unsere von seite gehen kommen wir hier an und ja etwas blödes ist passiert was viele sich fragen werden what the fuck was ist das was ist denn vc column white und den ganzen quatsch also generell das ist so wenn ihr wkberry deaktiviert da tut mit absicht also das ist mit absicht gemacht worden das ist auch logisch weil man mit der kohle machen will man kohle machen und deswegen wenn wir uns das mal anschauen sehen wir hier gar nichts mehr wir sehen hier wirklich nur noch programme row und blablabla und mehr sehen wir auch gar nichts und da sehen wir basis fähigkeiten und dann wieder kolumn blablabla ja und da muss ich ein bisschen auch jetzt nach kommentieren da sich einiges geändert hat und das sind dementsprechend halt die vc column das sind sozusagen die elemente von wkbc von bilder page bilder und die haben wir einfach deswegen weil wir den ausgeschaltet haben wenn man den ausschaltet dann sieht man halt was da passiert und man sieht halt hier auch wirklich dass da das ganze design weg ist außer die texte und ich habe da auch gesagt oder ich sage später in diesem video dass man das dann importieren kann also das heißt wir exportieren ins template und dann importieren wir das mit elementor das geht leider nicht da habe ich nochmal nachgehakt da gibt es eine ganz kleine klausel die sagt wenn man elementor pro hat die pro version dann funktioniert das da gibt es eine möglichkeit laut elementor von diesen infos was ich gelesen habe vom forum ansonsten geht das nicht ich habe es versucht auch auszuprobieren ich habe jetzt da keinen weg gefunden ist aber auch nicht so schlimm ich zeige euch trotzdem im nachhinein wir trotzdem das alles machen könnt ohne dass ihr jetzt unbedingt wkberry also enable müsst hier sehen wir das nochmal auch dass hier durch das an enabled gemacht ist aktiviert und man sieht auch hier wie das design wirklich ist wenn man den wkbc aktiviert und dann seine elemente halten sind ihr merkt halt wirklich die elemente die da verschwunden sind das ist ein riesen ding machen das aber so und das werden die immer so machen und ist auch irgendwo verständlich aber halt für den einen oder anderen line ist natürlich so hey what the fuck was geht denn da ab aus welchen gründen auch immer ist jemand abgegradet auf elemente oder auf wp page bilder oder andere bilder und ja da werde ich trotzdem ein bisschen dieses thema angeht kann der das gibt es gibt es auf jeden fall zum anleitungen dazu und elemento kann das dann ist es auch wichtig zu testen wenn wir den modus verlassen tut ob ihr euch auch so einloggen könnt soweit haben wir dieses fehlerhafte deinstalliert das heißt wir können auch hier diesen modus verlassen und wenn das hier wenn ihr darauf geklickt habt verlassen und eure seite funktioniert immer noch dann bedeutet das dass das wirklich diese eine plug-in fehler war und alles läuft wunderbar okay das ist immer ganz wichtig dass man da auch in diesem modus weg geht damit auch wieder ihr im alten admin seid und nicht irgendwelche missbrauch stattfindet von den kitty hacker oder bacon cracker mac and shaker wobei die auch nichts dafür können dass sie das machen ich habe vielen kitties gesprochen die holen sich halt dabei ein runter und sind glücklich und spritzen ab mit 13 14 jahren manche kitties gegen den puff mit ihrem kosen und sind gerade mal 14 15 nicht in deutschland ist es illegal aber in anderen ländern ist alles legitim und dann werden sie hacken wird der schwanz geblasen also die leute sind richtig geil drauf jemanden zu hacken jemanden zu schaden aber ich meine es ist für mich sozusagen ein hilfeschrei von denjenigen sagen holen wir den raus weil der will ja eigentlich gar nicht böse sind oder ein bisschen verrückt weil er einfach keine aufmerksamkeit bekommen hat wenn man ein kind ist und keine aufmerksamkeit bekommt dann macht man halt scheiße um aufmerksamkeit meistens zu bekommen meistens ist das so was gibt doch andere können wir solange die der kurze sind wir wollen einen neuen editor haben wir wollen nicht sofort killen und wir gehen jetzt mal auf plugins und da ist es halt so wie die haben einen ganz anderen bezug wir müssen uns nicht hier einlogen sondern wir machen das über netcup normalerweise das heißt ich bin hier ich haue mich jetzt raus selber raus das ist mein username und gehe dann direkt über netcup und habe dann automatische login ich weiß nicht die zugangsdaten habe die mal eingerichtet bekommen ich habe keine ahnung ob man sich da hacken kann wenn man keine zugangsdaten hat laut netcup ist super safe wer weiß aber wie safe alles ist so haben wir hier unser wordpress toolkit und da haben wir unser gott mal und da haben wir schon gleich unsere plugins und wir haben ja auch schon wieder ersterungspunkten also 10 november war der letzte wir können zum beispiel auch punkte sichern und so kann schon viel machen bei dem ganzen quatsch können sicherung machen naja aber ich war gesagt dass wir eine sicherung machen dass es sehr wichtig ist und ihr seht hier die sicherung und damit wir nicht so viel papierkram haben schauen wir uns okay das war die letzte sicherung und ich lösche das ganze mal hier um brauche ich nicht weil wir haben ja getestet das andere funktioniert und mache einfach ein backup und warten bis hin bis das ein backup gemacht ist so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mehr gibt es eigentlich da nicht zu sehen. Das hat man bei NetCup. Das macht jeder Webhoster anders. Und da hat er die Möglichkeit, darüber zu instruieren. Über den WordPress Toolkit hat er immer Vorteile, weil das ist extern und das System macht Tests und so. Und das WordPress Toolkit testet also das System. Das bedeutet, wenn ein Plugin jetzt mal nicht hinhaut und nicht funktioniert, von vornherein nicht, dann tut er das automatisch testen im Devil, also Entwicklermodus. Und wenn das nicht funktioniert, haut er das automatisch raus und sagt sogar noch, ich habe das Plugin doch nicht installiert, weil so Komplikationen entstanden sind. Ja, in diesem Video habe ich Elementor installiert und einige Texte auch gemacht, aber wie ich ja vorher erwähnt habe, muss man die Pro-Version haben, um gewisse Funktionen zu machen. Ich wollte auch ein Upgrade machen, aber das war natürlich, ich bin dann auf Upgrade gegangen und habe mir dann die Preise angeschaut, habe es mal ein bisschen durchgelesen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, weil, also ein bisschen schon teuer, also wenn man 49 Euro im Jahr zahlen muss, US-Dollar oder sagen wir mal 45 Euro, wenn es im Euro wäre, ungefähr circa im Jahr, das läppert sich in 10 Jahren und das muss man auch nicht machen. Es gibt da auch andere Lösungen, All-in-One-Lösungen, aber das werde ich euch nachher zeigen. Ich bin dann fertig mit diesem Top-Version, ich habe ein bisschen das gekürzt, im Nachhinein im Schnitt, das heißt, ich kommentiere das hier im Endeffekt. Das, was ich dann hier tue, ich habe ein bisschen so gezeigt, was man noch einstellen muss an Elementor, das dachte ich mir, lasse ich entweder drin oder haue es raus. Ich habe mich entschieden, es rauszuhauen, ich werde die Einstellungen separat durchgehen, mit separaten Videos, wo es an Elementor gehen wird. Wir arbeiten hier mit Elementor, Page Builder und Buildi Builder und alle, wie sie alle heißen, Divi und so weiter, es gibt sehr viele. Ich werde euch alle zeigen bei unserem Just-for-Fun-Projekt. Mit WordPress werde ich euch die Vor- und Nachteile zeigen. Es gibt immer Vor- und Nachteile, es gibt aber auch sehr viele Vorteile eines Widget, wenn man auch spricht, Editors oder Drag-and-Drop-Editors. Und Elementor gehört einer zu den Besseren, das heißt Elementor ist wirklich sehr, sehr gut, viel besser als VP-Per-Curry-Builder. Aber bevor wir das alles machen, machen wir erstmal eine Sicherung. Und zwar, es gibt eine andere Sicherung, die wir noch dann angehen werden. Das ist die Side-by-Side-Sicherung, so nenne ich das zumindest, oder Special Edition Quad-E-Money-Sicherung. Ich habe meine eigene Sprache wie Snoop-Duck und man sichert einfach vor die Inhalte nicht ab, sondern die Layouts und dann kann man das auch das Layout dann nachmachen. Es geht da auch ganz, ganz einfach. Man muss es ja nicht so komplex machen. Wichtig ist, dass der Elementor gewisse Sachen nicht anbietet, das heißt, gewisse Sachen bietet er an, gewisse nicht Und wir werden uns dann damit befassen und welcher Editor bietet. Aber das ist wichtig, Templatesicherung von dem Standard, also nicht in Pro-Version, weil es ist ganz wichtig, die Templates zu speichern. Dann könnt ihr viel schneller agieren und bearbeiten eure Templates. Also ein Template ist nichts anderes wie eine Vorlage, wie eine Seite, Blatt Papier, wo ihr gewisse Felder anbaut, die dann immer für alle anderen Themen oder Beiträge gelten. Da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber das machen wir in separaten Videos. Ich hoffe, es hat sich auch dir gefallen. Einfach Like da lassen, Abo da lassen, ganz wichtig. Es kommen jetzt in dieser Zeit sehr viele Videos von mir, Joomla, Wordpress, Trouble und und und. Und ich werde dir das CMS-System Trouble und Wordpress zeigen und Joomla auch. Und da werden wir halt sehr vieles machen. Das sind alles Pilotprojekte und ich werde dir dann wirklich das, und das gibt es auch nirgendwo weltweit, wie gesagt, es gibt es weltweit nicht, weil es sehr schwierig ist, Texte zu machen. Selbst die Besten wie Serdar Somoncho und die Leute, die groß reden, labern nur ganz groß, aber wenn es um Texte zu schreiben geht, sind die meisten Schreibblockade. Und es gibt ganz wenige Webdesigner, die Webseiten one by one, also erstellen mit richtig live Texten, echten Texten, die dann später auch in die Echtzeitumgebung eingesetzt werden. Nein, es gibt es weltweit nur einen, der das macht, das ist ein Amerikaner und vielleicht noch ein Inder. Aber einen Deutschen habe ich noch nicht gesehen. Also das ist ja echtes Projekt, was wir angehen, gemeinsam. Das ist ja echt, das ist dann echt, ne, und das ist noch ein bisschen anders. Und da sollst du einfach ein bisschen was mitbekommen, was Neues, was modernes Webdesign ist und nicht Landingpages sind, meiner Meinung nach, veraltet und Quatsch. Aber gut, das war es auch schon und jo, that's it. Bis zum nächsten Mal.